Mir steht schon vor, die Haare zu bergen. Wahnsinn hier. Ich bin so bescheuert, weißt du, sahen die ganzen Sachen, ihr habt so ein 10-jähriges Jubiläum, ja? Und was mache ich mit den Sachen? Ich verschenke die an euch weiter. Ich meine, wie blond kann man überhaupt sein? Naja, aber ihr habt es wahrscheinlich verdient, oder? Ja, ihr seht, ich mache hier zehn Pakete fertig und da ist wirklich ordentlich was drin, Leute, ja? Also, da kriegt jeder verschiedene Sachen. Wir haben auch ein paar extra Gewinne noch für euch abgesahnt. Die Hele zum Beispiel für über 150 Euro, eine richtig geile Helebung. Ja, abgesehen von dem Kilo Gras, was wir jetzt nicht verschicken werden. Die Mischas werden extra verlost. Die Dutch Passion werden extra verlost. Die Black Leaf Bomb wird extra verlost. Ich weiß es nicht, ja? Ich sag nur, freut euch aufs nächste Cultiva-Spezial. Zehn Jahre CR84-Jubiläumsvideo, wobei der Patrick gerade fleißig schneidet, damit das online kommt. Und ihr könnt richtig geile Gewinne absahen, ja? Wir haben sogar für euch von Sunlight eine Lampe zum zehnjährigen Jubiläum bekommen. Leute, die ist über 600 Euro wert. Und da packen wir noch ein paar Samen drauf, damit ihr richtig inspiriert seid, für uns ein Poster zu kreieren. Wir machen nämlich ein kleines Poster-Contest 2019 dafür, dass wir wieder Poster für alle drucken können, wo alle Spaß dran haben. Also, legt euch ins Zeug, zeigt eure Kreativität und sendet uns eure, ähm, eure, äh, ihr wisst schon, Vorschläge. Ähm, wir werden es auch noch einblenden, wo ihr die hinsenden könntet, könnt. Und, ähm, ja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Erstmal viel Spaß und freut euch aufs nächste Video. Baba!